Eine Femto-Katarakt ist eine neuartige Methode zur Behebung des grauen Stars. Dabei werden die einzelnen Teile der Operation mit dem Femto-Sekundenlaser durchgeführt, wie zum Beispiel die Hornhautschnitte oder auch die Eröffnung der natürlichen Linsenkapsel. Und das sind Schritte, die einfach zu einer erhöhten Sicherheit führen können, indem diese Schritte wiederholbar sind. Das Sehen nach einer Femto-Katarakt-Operation und nach der konventionellen Operation ist eigentlich ident. Es sind nur die reinen chirurgischen Schritte, die nicht mehr manuell durchgeführt werden, sondern durch einen Laser-Computer gesteuert ausgeführt werden.